Zwei mal davon Eieiei, wie macht man sowas jetzt für jeder? Schaden holt, ey Pflaume Uppsala Ich verrate mich dauernd Weil ich immer denke, ich wäre alleine Soll ich mich verraten Meinen trauten Kämmerchen Meiner Höhle Ja, wo schlalt's aus? Das kommt echt, wenn du mit der Maus loslässt, ey Ja, ich weiß Das erhöht die Spannung vielleicht Aber es wurde erraten Der hört wohl mit Der hört uns ab Ja, der sieht unser Live-Let's Play Genau Übrigens ein Live-Let's Play Haben wir auch schon aufgesetzt Wenn ihr googelt, werdet ihr es finden Wenn ihr lange genug sucht Viel Spaß Wer es zuerst gefunden hat Kann mir ja einen Link schicken Radier-Gummi-Haufen Radier-Gummi-Haufen Sieht ja aus wie gestapelte Büsche Ein Besen Oder ein Korb Oder eine Kiste Oder eine Särge Särge Stellt man die so übereinander Noch alles nicht so genau Doch Gollum Ne, Gold Wachen Naja genau Wenn wir jetzt tippen könnt Schneide Kamanchard, Kawasaki Wachen Oh, ich bin irgendwie ja Ja, da Haben sie wohl all die Erleuchtung bekommen Das sieht jetzt kacke aus Das ist ein Playboy Hase Schneiden Okay Wenn man lange darüber nachdenkt Wachen Noch drei mal nach vorne Makama Ein Strisch Eine Tür Ähhhhh Ampel Yeah Uiuiuiuiui Okay Jetzt kommt es Jetzt kommt es Lila Der Merk Die Die Denkt jeder bei uns Weil es Lila ist Überrasch Ich sage es mal ab... Bier! Flascheninhalt, deswegen zeige ich auch oben drauf, ne? Flaschenbier! Bier-Tick-Chick! Bier-Tick-Wir-Tick-Wir-Tick-Wir-Tick-Wir-Tick-Wir-Tick-Wir-Tick-Wir-Tick Chloeest belassen Die hat schon菜ische Soriste getötet Und da ist erline challenged Der Bubblesse ist die meses Kann er Gott jetzt sehen Die wahrscheinlich kann das Radio settlen Versuch für die Karte Und wieviel patienten Stattdor Guten Abend Aber, das ist ja nicht der Deckel vom Bier, sondern der Deckel von der Flasche, wo Bier drin ist. Ei, ei, ei. Äh, schneide. Nein. Dann halt. Zusch, ja. Zerschneiden, hm? Ja. Sehr klug, erraten. Okay. Sieht aus wie ein Schwein. Oder ein Hund. Oder ein Kamel. Oder eine Wespe. Eine Mücke oder eine Fliege oder 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 Insekt ist richtig. Ach, also. Ja. Eine mal drei Maler. Ach, Gott. Ja, Gott sagt sie nicht. Also, was hier manche Leute spielen. La Luna spielt insgesamt schon 307 Stunden Montagsmaler. Und, also. Oh, Gott. Oh, Gott. Was ist das denn auch schon krank? Er hat schon 2600 Malereien gelöst. Dagegen. Äh, was ist das denn? Mal, Tisch. Du spielst schon 12 Stunden. Was auch nicht wenig ist. Und hast schon 93 Malerien-Rätsel gelöst. Ja. Also, da werde ich doch schon mal, äh, zur ärztlichen Hilfe raten. Ja, ich will doch. Äh, beziehungsweise für Entzug sorgen. Zug. Irgendwo hört's ja auf, also. Ich könnte mich schnell davon losreißen. Wer macht dann überhaupt? Akkermarscher wieder. Was ist Akkermarscher? Ist das ein behinderter oder ein blinder mit einem zu langen Stock? Oh mein Gott. Den sich in den Kopf räumt. Oder ein Ritter, aber der hat auch so Aladin-Hossen, ey. Aladin. Oh mein Gott, das. Oh mein Gott, das ist richtig. Ich fasse das nicht. Oh Gott, oh Gott. Ja. Thermometer ist richtig. Das ging ja wieder schnell, ey. Das ging ja wieder schnell, wenn wir erhielten können. Komm, jetzt mal ein bisschen. Aladin, ey. Dass sowas in dem Wortschatz von dem Spiel drin ist. Mhm. Das verwundert mich. Das sieht schon aus wie du Scharruf. Das sieht schon wieder, ja. Ein runder Scharrufsstern. Ja. Cowboy, dann könnte es auch ein Carsten sein. Hauptwell-Pirate, am wohlweil. Spast. Ring. Ein immer größer werdender Ring. Eine Spirale. Ein schwarzes Loch. Dussele. Das ist kacke. Der macht bestimmt was ganz anderes. Ja. Was es gar nicht ist. Glaube ich auch, ey. Das sieht aus wie... Hat ausgesehen wie ein Schlüssel. Jetzt sieht es aus wie... Ein Mäppchen. Zigarette. Ein Mäppchen. Mäppchen. Mit einem P. Mäppchen. Mäppchen. WC-Papier. Rolle. WC-Papier. So, nächster Maler. Oh, das bin ich. Ja. Die Masse auf dem Acke. Wieso heißt du eigentlich Kawasaki? Tima. Niii-k. Niii-k. Rassismus. Das hätt's getroffen, aber... Ähm. Hat der ein halbes Bein, der Typ? Oder was ist das? Oder ist das... Ja. Ein Zigarettenstumpf. Arsch zu. Ja, man weiß es nicht. Ähm. Mobbing. Diskrimi-na-tion. Ne, das... Ja, das Streiten. Also, das war ja übertrieben. Geschrieden. Ja, das ist gut, aber auf Gegenseitigkeit. Nicht nur Mobbing eines Eidens. Darf ich mich halt bei dir reinmalen. Oh Mann, ey, was soll das? Das Spiel ist sehr bugfrei, wie man sieht. Und was ich mal, das... Wird nur manchmal angezeigt. Das ist echt klasse, ey. Oh Mann, Junge. Ich möchte noch zu was kommen. So, Bug muss man ausnutzen. Will noch erfolgreich sein. Erfolgreich sein. Ich hab nur schon an, ey. So, Typ ohne Hals. Und dann kommt hier sowas. Zack. Ich kann nix eh malen. Bierbauch. Na, und was hier ist... Lass mich. Ja, sehr gut. Ich will nur meinen Namen hinschreiben. Was ich mal, das zählt irgendwie dann nie. Das ist ein Speer. Töten. Ja, auf. Töten. Aber explizit. Aufstechen. Das ist schon eher... Das ist schon wie... Äh... Wart mal, fangen wir nochmal an. Was anderes. Aufsuchen, auf. Oh, das ist hier. Das ist... Sammeln. Das ist ein Schwein. Aufschweinen. Ach, was macht man mit einem Schwein? Am Spieß. Mit einem Schwein. Am Spieß. Ja, drehen. Am Spieß. Ohaha. Ja, aufspießen. Mein Aufschön richtig ist fast. Alter, bin ich schwer vom Begriff. Du bist schwer vom Begriff. Wie schreibt man das bitte? Tja, so wie man es in Kreuzfahrtrezela schreiben wird. Aufspissen. Genau, aufspissen. Du kannst auch aufpissen oder so. Oder so warm Pisse hast. Wie im Schnee. Wir wollen hier nicht von sowas reden. Wir wollen die Zuschauer nicht abschrecken. Okay, okay. Äh. Mir egal. Wer ist denn? La Luna. Ist das krank. Aha. Aha. Was denn? Aha, Landkarte. Gut. Oh, ich bin dran. Der Kawasaki. Ist ja einfach hier. Ah nee, noch mal. Ich glaube, er ist ein krank. Ich bin dran. Autorreifen ist fast richtig. Reifen ist richtig. Hab ich das nicht schon mal geschript? Ich hab doch Reifen geschript. Warum zählt das nicht? Tja, so ist das Spiel. Das Spiel ist halt nicht bugfrei, wie gesagt. Ich hab's geschrieben. Hier ist der Beweis. Alle haben's gesehen. Wer's nicht gesehen hat, meldet sich bitte und macht einen Termin beim Optiker. Mach ich bin auch noch dran, nee. Äh, ja. Das regt mich jetzt auf. Die ganzen wertvollen Punkte und... Das war ja wieder einfach. Ja.